Ich bin Claudia Villiger. Ich wohne in einem von ältesten Häusern in der Aguerselle, in einem alten Hochstudhaus, das über 300-jährig ist. Das Spezielle an diesem Haus ist das grosse Dach. Die niedrigen Wohnräume sind nur 1,90 m hoch und das ganze Haus mit einem 100-jährigen Lochofen mit Holzführen. Ja, es ist manchmal etwas anstrengend. Manchmal ist es auch mühsam, wenn die Mäuse frech sind und durch die Küche rennen. Aber nach 33 Jahren hat man sich auch an das gewöhnt. 50 Minder Im Gana Sopo Kío W KY Vielen Dank.